Was geht ab, YouTube? Wir sind hier live auf Twitch und wir gucken uns eure Setups an, die ihr uns in unseren Discord-Server geschickt habt. Mal sehen, wer den besten Server hat. Yo, ey, wie sieht die Spannung, was ihr da auch zu bieten habt, ey. Die Links sind in der Beschreibung zum Twitch und zum Discord, kommt gerne rein, wir gucken uns das jetzt an. Let's go. Ich bin dabei, Leute, damit ich auch geile Videos machen kann. Ja. Einfach, Twitch bin ich, glaube ich, eher doch raus, Bruder. Aber einfach mal so ein Setup, deswegen voll perfekt. Aber was willst du denn mit dem Setup da machen? Bruder, so mit Lichtern und so machen. Ich weiß nicht, ob ich Twitch, ich habe gehört, YouTube kann man auch streamen. Ja, kannst du? Also, doch, ich möchte schon streamen, aber Bruder, ich weiß noch nicht, welche Plattformen, Bruder. Guck mal, zum Beispiel, der hat schon, also wir können gleich weitermachen. Ja, ja, das ist unser Cutter übrigens, ne? So, das ist unser Cutter, Bruder. Schöne Grüße an Sandro, der auch das Video schneidet. Nur lieber an dich, Bruder. Achso, das ist seins. Ja, ja, das ist seins. Damit arbeitet der immer. Das, Bruder, haben wir gerade gesehen, Bruder. Bruder, Wallah, da liegt noch Heft, Bruder. Ich weiß nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Bruder. Der will sich auf jeden Fall Datnet anmelden, Bruder. Boah, das ist ein mieser. Das ist ein Hacker. Das ist ein Freak, Bruder, ja. Das ist ein Freak. Das ist ein Freak. Wir sagen ja so nachts, wenn du telefonierst, hier ist ja so ein orangener Punkt, ne? Ja. Viele sagen ja, das wird abgehört. Ich weiß, hab ich... Der hört ab. Der ist... Der hört ab, Bruder. Der ist dieser orangenen Punkt auf meinem Ende. Der ist ab. Der hört ab. Das erinnert mich voll an 80er und so. Wallah, das ist schön, Bruder. Wallah feier ich auch. Wallah. Voll die Vibes. Wallah. Hier, der hat einfach... Vintage. Karen von Spongebob, Bruder. Geil. Wallah, cool. Geil, Bruder. Was ist das? Auch schön, Bruder. Ja. Anik, achta, Anik. Anik, achta, Anik. Sein Mauspad ist ein Monopoly-Brett. Bruder, warst du auf jeden Fall sehr einfallsreich mit deinem Bügeleisenbrett oder mit deinen Dings? Wallah hat nur noch gefehlt, dass dein Bügeleisenbrett deine Maus ist, Bruder. Mich wundert gerade, dass da eine Maus ist, Bruder. Abo, Junge. Bruder, warum höre ich gerade Musik? Ich höre gerade die passende Musik von dem Bild raus. Ja, was denn, was denn? Ja, ja, so richtig Techno, ne? Ja, ich schwöre. Wo der Nachbar sagt, es reicht! Yo, ey, wie schießt gleich die Polizei, ey! Auch süßes Setup, Bruder. Geil. War ja süß auch im Bild. Auf No-Homo, die da. Hey, yo, ey. Bisset. Was ist das hier? Reicht, warte, reicht, um zu zocken und Musik zu machen. Ja, Bruder, ist doch schön, Bruder. Ja. Wallah, reicht. Geile Farbe, so süße Ecke. Wallah, cool, Bruder. Und solange der glücklich ist, so. Ja, Wallah. Tschüss, Bruder, wie geil. Boah, der guckt einfach eine Liste von Eiken durch. Hahaha. Wallah, was ist das für ein Ding? Ja, Liste. Das ist einfach, um Chat zu lesen und so, ne? Ach, geil. Der liest da nur den Chat. Der liest da nur Chat und so. Boah. Und hier hat der sein Ding, hier hat der Mikrofon. Wallah, sein Setup ist krass. Geil. Feier dich, Bruder. Starkes Setup. Was ist das? Auch gut. Okay, jetzt muss Musik machen, Bruder. Ja. Okay. Hast du auf jeden Fall eine gute Ecke. Flash als Tipp. Also ich bin ja selber gerade, ich habe noch nichts gemacht. Ja. Wenn ich auch hier bei den Jungs hier sehe, bei Emron BZ, Bruder, mach mal so ein geile LED-Licht noch rein, dann passt schon. Ich bin ja... Mach Licht aus, Bruder. Mach diese Licht aus. Ja, ich schwöre, Bruder. Wallah, das ist schon voll mein Ding. Mich provoziert auch ein bisschen so, dass hier so nicht so viel Liebe zum Detail ist. Einfach ein Schreibtisch und irgendwas hingeklatscht. Das ist das Einzige, was mich aufregt. Aber sonst cool, Bruder. Das ist schön. Wallah, der Richter ist krass. Du schreibst auf jeden Fall Mathe 1, Deutsch 1. Dir geht's gut. Der Papi liebt dich, ey. Der finanziert dir mal alles. Ja, das ist krass. Boah. Ich kenne deine Story nicht, Bruder. Wir wollen auch nicht urteilen mit dem Emre über aus welchen Verhältnissen du kommst. Aber, Bruder, dass dein Setup behindert geil ist. Und, Bruder, guck mal. Es ist ja gar nicht mal so besonders. Ich glaube, das ist doch gar von einem Mädchen, ne? Oder an unsere Schwester, Bruder, Schwester. Aber es ist gar nicht so besonders. Sie hat das besonders gemacht. Ja. Weil, oder er, er oder sie, die Person, guck mal, dieses... Wie heißt das nochmal, Bruder? Der Monitor? Ja, also, ja. Der Monitor ist einfach, Bruder, so weiß gestaltet. Ja. Guck mal, das ist das, was der... Lebt zum Detail, ja. Es muss nicht teuer sein. Er hat sich Gedanken, oder sie. Also, kann vielleicht teuer sein. Ja, genau. Die Person hat sich auf jeden Fall gute Gedanken gemacht. 100 Prozent, Bruder. Das ist das, was ich meine. Aber die Person guckt auf jeden Fall miese, miese Anime. Bruder. Die Leg... Die Figuren chillen da, Bruder. Ja, One Liar. Die regt einfach mit One Piece Ruffy. Bruder, hier oben, hier, da haben die Bilder, Bruder, alles. Die Gabettwäsche. Die schlafen und sagt, Ruffy, gute Nacht. Hey. Boah. Boah. Margin, ey. Das ist der Cutter von Walid Akkawi. Ja, Mann. Wala, wo du gerade seinen Namen ausgesprochen hast, habe ich den Namen schon mal gehört. Alter, was hat der für ein geisteskranke Traum. Margin, Bruder, was hast du gemacht? Bruder, hier auch so Thor-Hammer und so. Hier hat der so voll viele Figuren, Prime-Dingans. Hier eine PS5. Bruder, jetzt mal eine ehrliche Frage. Was ist ein Thor-Hammer? Kennst du nicht von Marvel? Nein. Thor? Nein. Kennst du den nicht? Der hat immer diesen Hammer? Kenn ich nicht, Bruder. Scheiß drauf, ist das ein... Also, ist das für ein Setup ein Bestandteil? Oder hat das eine Story? Das ist von Avengers, Bruder. Ach so, so ein... So wie Spider-Man, wenn du ein Kostüm hast, hat der von Avengers-Dingans, weißt du? So wie Star Wars einfach dieses Schwert zum Beispiel. Genau, beispielsweise, genau. Auch cool, Bruder. Guck mal, das ist bestimmt... Was? Boah, Bruder, ich will nicht immer urteilen und so. Er ist jünger. Der ist jünger? Das sieht man. Und der hat versucht, das Beste draus zu machen. Aber es sieht cool aus. Ja. Er hat hier so eine Halterung für den iPad. Genau. Er hat Soundboard, Bruder. Er streamt auch anscheinend. Ja. Weil er ein Stream-Deck hat. Geil. Das ist süß, Bruder, ja? Du wirst auf jeden Fall ein ganz großer. Oha, Bruder. Auch Baba. Ey, Bruder, man muss aber eine Sache sagen. Ja. Es kommt auch viel drauf an, was im Bildschirm gezeigt wird. Guck mal, diese Farbe, Bruder. Ich weiß nicht, was das ist gerade. Das ist ein Hauptmenü. Ja, ein Hauptmenü. Ja. Das gibt aber auch einen miesen Strahl da, Bruder. Ja, ja. Geil. Wallah. Scheiß, das ist so weit. Dazu zurück, Bruder. Oh! Boah, Bruder, ja. Einfach Computerraum, Schule verlassen, 1970, Bruder. Einfach Tschernobyl, Bruder, ja? Das ist schon, Wallah, das ist schon Massaker, Leute, ja? Ja, tschüss. Was hast du da gemacht, A*****? Gekackt, gepisst, getrunken. Jeden ist es, es ist es, es ist es, es ist es, es ist es. Wirklichkeit gibt ihn ja. Wirklichkeit gibt ihn. Aber wo? Yo, wo ist der Grinder? Bura, wo ist der? Wo ist der? Yo, du, wenn du gerade hier bist, gib einen Ton. Aber wo ist der? Die haben dir das eingedenkt, Bruder. Oh, Deck, Wallah, dum. Die haben dich angerufen, Tamam, oder? Der, Bruder. Der, der feiert, der feiert, aber merkt das. Wegen dem Sound, Bruder, weil der verfolgt richtig, nur Liebe an dich, Bruder, geil. Yo, wo ist der Grinder? Selab, mein Grinder. Selab, was suchst du denn? Das war im Vlog, glaube ich. Ja, ja. Und der hat das halt Sound genommen. Ja, genau, und da war gerade Dings. Kenans Lache oder Shabbat oder Weinen. Shabbat. Abo. Hä? Ja, auch gut, Bruder, du trinkst Cola. Hast du das in dein Bett reingetan? Wo hat der das denn ein... Nein, nein. Der hat einfach seinen Bruder aus Bett rausgeholt. Er hat das in einen Schrank... Denkt einmal Katze weg hier am Maniac. Nein, das ist in einen Schrankrahmen. Ah, weißt du, was das ist, Emre, Bruder? Das sind diese, ähm, Bruder, er schläft drüber. Mhm. Das ist dieser Bruder, ähm, ein Bett. Und diese richtige, du kannst doch aus Schrank und so machen. Also, da drunter ist doch so Schrank, Schreibtisch. Ja, ja, ja. So ein Bett verbundenes, äh, Bett verbundenes Schrank, sozusagen. Wow. Boah. Geil, der hat diesen Tisch mit Licht. Oder hat der LED dran gemacht? Nein, nein, das ist der Tisch. Krass. Bruder, behindert. Wallah, geil, Bruder. Einfach... Vier? Vier, was? Eins, zwei, drei, vier, ja. Geisteskrank, Bruder. Einfach der... Äh, zwei, drei, vier auf einmal gucken. Alles. Ich schwöre, Bruder. Geil, Wallah, feier ich, tot. Geil, Wallah, sehr geil. Musikstudio, auch cool, Bruder. Ja, geil. Der ist Produzent auf der Mix & Master, ja, ja, ja. Und ordentlich, Wallah, sieht sehr ordentlich aus. Ja, sehr clean, Bruder. Ah! Weißt du, von wem das ist? Zeig, Wallah, du weißt, von wem das ist. Wallah, ich weiß, von wem das ist. Jetzt kommt's. Das war das erste Setup von Ivo. Was? Icon 4 war anders. Wallah, so hat der gestartet. Niemals. Der ist so groß, der Junge. Er hat einen Karton genommen, darüber ein Möbel und da seine Tastatur draufgelegt. Ja, ne, wenn er sitzen würde, er würde so sitzen, Bruder. Bruder, Wallah, ist so groß? So groß ist der. Wallah, Billa, das ist Ivo. Du willst, Leute, ich schwöre, ich bin kleiner, aber Ivo guckt so. Ich, ich kann die und Kennern in Ratschein keine Cola geben. Ja, warte. Ach, da bist du. Ich kann euch nicht hören. Ein bisschen lauter. Ey, Bruder. Wallah, das war sein Setup, ja? Ivo, mein Bruder, Ivo, ich liebe dich, Wallah. Oh, guck mal, wie weit der geschnitten hat, Bruder. Auch hier saßt der. Guck mal, wie weit sein Ding jetzt ist, ja? Ivo, ich schwöre, Respekt. Bruder, Inshallah, auch noch, der hat mich schon aufgebaut, Mann. Natürlich hat der gestartet. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, was er mit seinem Verdienst gemacht hat. Guck mal, Leute. Da werde ich wieder emotional, weil ich dann wieder denke, Bruder, guck wie der Junge anfängt. Aber das sieht man nicht. Und er hat Bock, Bruder. Und er hat Bock. Und der cuttet, also kannst du ja dazu sagen, was macht er sozusagen? Was ist seine Aufgabe zu Ivo kurz? Er ist unser Hauptcutter. Der ist der Hauptcutter. Von BZK. Er cuttet alle. Das, was ihr seht, hat der Junge so gemacht. In diesem Zustand. In diesen Verhältnissen. In diesen Verhältnissen. Der hat einfach Tischtennis gespielt. Bruder, der ist einfach Berliner Mauer, Bruder. Der redet mit einer ganz anderen Seite. Bruder, Wallah, das ist, ich wundere mich, Bruder, dass der von hier überhaupt noch... Geistes Lohn neben mein Telefon. Falls es klingelt. Oh, Bruder, das fängt richtig sein Ohr, Bruder, hier, ne? Wow. Boah. Was hat der unter seinen Dings? Wie heißt das? Hier, die Mauspad, was leuchtet. Oh. Boah. Tschüss, Bruder, wie clean das in allem. Ja, Wallah, ja. Geil, Bruder. Der hat hier eine Minibar, Bruder. Eine schöne Ecke, drei Monitore, Mikrofon, Baba Setup, Bruder. Schön, schön immer die Jalousien unten. Damit man die ganze Nacht Fortnite spielen kann, ey. Und es geht die ganze Nacht, von morgens bis ab. Yo, Brudi, ey, ich bin in der Party. Und Brudi, ey, lasst mal euch richtig zocken, ey. Erste, Zweite wird geschwänzt. Ey, Brudi, ey. Mach mir auch ein bisschen was zu essen. Mach mir ein bisschen was zu essen. Mach mir ein bisschen, du, Alter. Ey, Alter, piss dich, ey. Ich hab Pizza bestellt. Ich brauch keine Banane. Das ist zu gesund, ey. Tu das weg. Ja, Alter, ich zeig euch jetzt mein Set. Bruder, wo ist dein Setup? Ich will dein Setup. Warte, warte, warte. Jetzt einfach McDo. Ja, Alter, ich zeig euch jetzt mein Setup. Bruder, Bruder, dein Pudding, du isst den, mach... Setup, aber warte mal. Der hat was vor, der hat was vor. Ach so, ja, ich wollte euch sagen. Sagen? Ey, Digga, welcher Ursache hat mein Joghurt gegessen? Ja, das ist lustig. Ey, warte mal, warte mal, das war richtig süß. Warte mal, richtig süß. Oh, nein! Ey, Digga, welcher Ursache hat mein Joghurt gegessen? Ja, wo ist er, ja, Hund, du, Hund? Ey, kannst ich kurz laut machen? Bitte, bitte, hör mal, warte mal, warte mal auf Ernst. Ey, Digga, welcher Ursache hat mein Joghurt gegessen? Ja, wo ist er, ja, Hund, du, Hund? Warte mal, wo ist es? Boah, Jürger. Ja, wiss ich. Digga, welcher hat mein Joghurt weggefrennt? Ja, wiss ich. Ey, ihr wiss ich's, ey. Boah, das Wort hat auseinandergenommen. Ja, 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 Hund auf. Du hast das Wort richtig auseinandergenommen. Wiss ich. Wer hat mein Joghurt gegessen? Das hat sich zu Weihnachten bekommen. Boah, war das der Arme. Spaß. Was für Weihnachten? Auf jeden Fall, äh, meine Tatsatou. Bruder, das ist so ein richtig frecher. Ich bin so ein richtig, der verleidigt auch und so. Ja, ja, ja. So, der geht, guck mal. Ey, Murbana! Ja, ja. Weißt du, was das für einer ist? Zum Beispiel ungefähr so alt und so groß wie Emre ist, ne? Ältere Person. Emre sagt so, sei leise, ich sag dir noch einmal, sonst du kriegst eine. Der Junge sagt so, okay, Abi. Und Emre geht weg, dann sagt er, ja, Abi, ich hab verstanden. Und dann schreit er von 20 Metern, Hund. Und dann rennt er. Und dann rennt er. Ja, du rennt nicht her. Und dann... Erstmal, du machst nichts und der war noch schlimmer. Ja. Und du rennt nicht her, du packst ihn und dann fängt er einfach an schon zu weinen. Zu weinen, ja, ja. Ich hab mal so. Oh, ja, ich höre, perfekt beschrieben. Der geht einfach 50 Meter weg und schreit noch mehr. Ja, Wallah, ja. Mach hier mit Löffel so. Nein, 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 nein. Jo. Was machst du? Ja, Mann. Mach ich dann so... Jiii... 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 Oh, Mann. Buttachikamata, Alter. Ey! Warum ist das mein Humor, Bruder? Warum ist das mein Humor, Bruder? Warum ist das mein Humor? Was ist das, Bruder? Bruder, aber wie komm... Was hattest du vor, Bruder? Wer hat dein Nintendo weggenommen, dass du so aggressiv geworden bist? Er wollte unbedingt ins Video. Er dachte, wenn ich ins Video komme, ich mach was. Wallah, das ist gelungen, Bruder, ja. Ja, Mann. Du hast auf jeden Fall... Ich feier dich. Auf jeden Fall. Rasha, ich liebe dich. Emre, dich liebe ich auch. Und den da hinten liebe ich auch. Aber der Beste aus ganz eigenem ist Yesin, Alter. Quartier-Starsin. Hä? Ach, hast du gesagt, wir gehen mit... Nö. Okay, ey, wir sind durch damit. Cool, euer Setup zu sehen. Hat mich sehr gefreut, Bruder. Ich küsse alle eure Herzen, dass ihr mitgemacht habt. Geil, Leute, ja. Und möge Gott euch ein noch schöneres Setup geben und euch noch glücklicher machen. Und Dankeschön fürs Reinsenden. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.